Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faller Insights. Heute am 2. Advent, ich hoffe ihr hattet einen schönen beschaulichen Tag, lassen wir den doch zusammen ausklingen mit einer kleinen Modellbahn-Sendung. Wir haben wieder spannende Themen für euch vorbereitet, heute unter anderem mit unseren neuen Engadinerhäusern, dem Schiffsmodell Österreich, Langwies in Spur Z und zum Abschluss zeigen wir die Anwendung unserer neuen Felsfolie. Und heute mit dabei Manfred Danner. Hallo Max und schönen guten Abend zusammen. Ja Manfred, ich komme mal zu dir rüber. Möchtest du dich kurz unseren Zuschauern vorstellen? Ja, also ich bin der Manfred und ich arbeite hier bei Faller in der Entwicklungsabteilung als Produktmanager und Konstrukteur und bin auch daneben noch als Ausbilder tätig. Sehr schön, dann haben wir heute auch wieder genau den richtigen Mann hier im Studio. Wir steigen direkt ein, die Engadinerhäuser Schweizer Modelle. Warum haben wir die Engadinerhäuser dieses Jahr als Neuheit, als Kernthema mit im Sortiment? Man könnte auch fragen, warum nicht? Wir haben ja den Engadiner Bahnhof schon sehr lange, zum Beispiel den Susch oder jetzt aktuell auch den Bahnhof Lawin. Der ist auch dieses Jahr wieder neu aufgelegt? Genau. Da haben wir auch in den letzten Jahren ein bisschen was drumherum gemacht, also sprich das Schalthaus, das Toilettenhaus und was fehlt jetzt noch? Das Dorf drumherum. Ja, stimmt. Und mit den Engadinerhäusern haben wir da echt eine Lücke gefüllt und jetzt kommen eben aktuell zwei neue Gebäude daraus. Dann sind wir dieses Jahr schon bei vier Stück, richtig? Vier Stück, genau. Sehr schön. Was ist denn das Besondere an diesen Engadinerhäusern? Ja, wenn man vor so einem Engadinerhaus steht, das ist natürlich ziemlich groß und mächtig. Das hat sehr tiefe Fensterlaibungen. Das wirkt fast wie, ich sage mal, wie eine Festung. Und charakteristisch sind auch solche Elemente wie der Rundbogentor am Eingang oder Elemente wie ein Erker oder auch ein äußerer Backofenanbau, den wir auch aktuell umgesetzt haben. Also diese ganzen Details, wenn man die Bilder nebenher sieht, sind auch wirklich im Modell verewigt worden praktisch. Ganz genau, ja. Was mir auffiel, ist der raue Putz der Häuser. Du hattest ein Spritzling. Ah ja, habe ich doch richtig gesehen. Du hast extra einen mitgebracht. Ja, habe ich einen mitgebracht, genau. Kann man hier mal reinzoomen. Genau. Ja, ich glaube, ich muss etwas näher an die Kamera ran, damit man das den Zuschauern auch mal zeigen kann. Kannst du uns vielleicht derweil sagen, von welchem Modell diese Teile stammen? Während ich versuche ja die Struktur. Ja, also das stammt jetzt aus dem Engadinerhaus, was wir jetzt dann aktuell rausbringen. Und diese Struktur, die wir hier haben, diese, ja, man kann schon sagen, dreidimensionale Putzstruktur, die wird ja händisch in das Spritzgusswerkzeug eingraviert. Also im Prinzip alles, was man hier so herauszieht, ist auch von Hand erstellt worden. Richtig. Deswegen wirkt es auch sehr natürlich. Ja, sehr schön. Und sicherlich ganz gut geeignet, um das Gebäude nachträglich zu altern. Hier müsste ja Farbe super gut dran haften bleiben. Das ist richtig, was du sagst. Ja, schön. Vielen Dank. Bitteschön. Wenn wir von diesen ganzen Besonderheiten, dem Putz, den Torbögen, den Laibungen sprechen, wie können sich denn unsere Zuschauer die Vorgehensweise bei der Erstellung und bei der Konzipierung eines solchen Modells vorstellen? Fahrt ihr hin? Macht ihr Fotos? Kriegt ihr Pläne? Oder arbeitet ihr nur mit Online-Recherche? Also bei den Engardinenhäusern ist es genau so, wie du sagst, man fährt hin. Also unsere Musterbauer sind für mehrere Tage ins Engardin gefahren, haben in den Dörfern dort jede Menge Fotos gemacht. Die müssen wir in der Entwicklung natürlich hinterher auch sichten und eine Auswahl treffen, welche wir davon dann auch umsetzen können. Ja, okay. Das heißt auf der anderen Seite, diese Häuser, die wir jetzt hier in den letzten beiden Neuheitenprospekten vorgestellt haben, entsprechen die Originalen, die auch so im Engardinen stehen? Also die ersten beiden, die sind tatsächlich sehr originalgetreu. Okay. Bei den beiden jetzt aktuellen, das sind quasi Hauskopplungen, Abwandlungen, die allerdings typische Elemente enthalten. Ja, okay. Und die können quasi überall im Engardinen stehen. Ja, sehr schön. Dadurch, dass die Gebäude so organisch gestaltet sind, sehen sie relativ alt aus. Wie alt sind denn diese Häuser im Original? Ja, also die sind etwa 200 bis 400 Jahre alt. Okay, das ist schon eine Hausnummer, ja. Genau. Wie sieht es denn aus mit zukünftigen Planungen? Kannst du da schon was sagen? Kommt für diesen Bereich noch mehr? Ja, da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Also kannst dich überraschen lassen. Sehr schön. Vielleicht können wir ja genau an der Stelle kurz sagen, dass Faller auch nächstes Jahr bei der Spielwarenmesse mit vor Ort sein wird. Genau, ja. Und dort gibt es natürlich wie jedes Jahr die neuen Produkte live und in Farbe. Am Samstag ist übrigens auch ein Publikumstag. Also wer vorbeikommen möchte, mal die Nürnberger Spielwarenmesse, jedenfalls den Modelleisenbahnteil, besuchen möchte, uns besuchen möchte zum Beispiel. Wir freuen uns natürlich sehr über jeden Besucher. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Engardinen. Hier habe ich natürlich mitbekommen, arbeiten wir nicht nur in H0 an dem ganzen Thema. Das ist richtig. Also man findet ja in unserem aktuellen Neuheitenprospekt auch den Bahnhof Susch in Spur N. Ja. Das ist also wirklich ein No-Boom. Das heißt, es ist ein komplett neues Modell? Das ist korrekt, das ist eine Formneuheit. Okay, in Spur N. In Spur N. Sehr schön. Die wird jetzt im Dezember ausgeliefert. Klasse. Also unbedingt mal bei uns bei www.faller.de vorbeischauen. Dort gibt es alle Neuheiten nochmal in der Übersicht. Sehr schön. Wir bleiben in der Dachregion, aber gehen rüber von der Schweiz nach Österreich. Genauer gesagt zum Schiffsmodell Österreich. Wir sehen das hier im Vordergrund. Ein schönes Modell. Wie kam es denn da auf? Naja, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also wie du weißt, ich bin ja Endbahner. Ja. Und wir haben ja auch das Rathaus Lindau im Sortiment. Wir haben den Mangturm. Oder wir hatten vor ein paar Jahren auch die Hafeneinfahrt als Modell. Ja, wenn man sowas gestaltet, was fehlt dann? Ja, anscheinend. Ein Schiff. Genau. Also man findet tatsächlich am Markt kaum zivile Schiffe, die für die Spur entgeeignet sind. Also hier haben wir eine echte Lücke entdeckt. Und ich denke, mit der MS Österreich haben wir die auch außerordentlich schön gefüllt, diese Lücke. Ja, also ich finde auch. Das heißt, die MS Österreich stammt aus Lindau? Also wie der Name sagt, aus Österreich. Lindau ist ja auf der deutschen Seite. Aber wie man daraus richtig resultieren kann, sie verkehrt auf dem Bodensee. Und das ist auch schon ziemlich lange, ne? Ja, das heißt ziemlich lange. Wie alt ist das Schiff? Das Original? Also das Original-Schiff, das 1928 ist es zum ersten Mal auf dem Bodensee gefahren. Okay, das ist alt. Hätte tatsächlich 2012 verschrottet werden sollen. Gott sei Dank hat es einen Verein gerettet, und zwar der Freundeskreis MS Österreich. Und die haben das Schiff dann aufwendig renoviert und seit 2019 verkehrt es auch wieder auf dem Bodensee. Ja, klasse. Also das ist praktisch dann jetzt so eine Art Ausflugsdampfer, oder? Sowas in der Art, ja. Sehr schön. Wobei Dampfer ist nicht das richtige Wort. Also es ist ja ein Motorschiff. Es ist auch das erste Motorschiff auf dem Bodensee, was nach den Dampfschiffen kam. Also richtig von historischer Bedeutung. Ganz genau, ja. Das Schiff wirkt schon relativ groß. Ist es denn maßstäblich? Also es ist absolut maßstäblich in 1,160. Das Modell hat eine Länge von etwa 35 Zentimeter. Schön. Und wie ist das geplant? Wird das das Modell als Wasserlinienmodell, so ähnlich wie unsere Schiffe in H0 geben? Oder was ist hier angedacht? Ja, also die erste Überlegung war, es als Wasserlinienmodell zu machen. Wir sind es davon abgekommen. Wir haben es also mit Kiel, sodass man das, ein Sockel ist auch dabei. Also ich kann es komplett auch in eine Vitrine, in ein Regal stellen. Aber wenn ich es einbauen möchte, ist es eigentlich auch problemlos möglich. Dadurch, dass wir vom Kiel bis zur Wasserlinie nur 10 Millimeter haben, lässt sich das immer noch gut einbauen in ein Gewässer entsprechend. Ja, sehr schön. Und du hast gesagt, das ist maßstäblich. Ist das Modell denn auch ansonsten von den Details her etc. vorbildgetreu? Ja, also es ist sehr vorbildgetreu. Der Vorteil war, dass dieser Verein, den ich vorher erwähnt habe, der hat uns auch sehr gut unterstützt mit Fotos, mit Plänen etc. Das war natürlich auch sehr hilfreich bei der Umsetzung. Ja, sehr schön. Also du hast gesagt Pläne. Was ist denn, also es ist ja schon was deutlich anderes, wie das, was du normalerweise machst, Gebäudemodelle. Genau. Wo unterscheidet sich denn praktisch das Erstellen von einem Schiffsmodell gegenüber einem Gebäudemodell? Na ja, wenn man jetzt ein Gebäude nimmt, da habe ich in der Regel überwiegend flache Bauteile. Also ich kann es in flache Bauteile zerlegen. Also bei einem Gebäude vier Wände, die Dächer etc. Bei einem Schiff kann ich das natürlich nicht. Ich habe einen Schiffsrumpf, der sehr organisch geformt ist, sehr dreidimensional ist. Das ist dann auch für die Konstruktion deutlich schwieriger. Aber ich komme nochmal auf den Verein zurück. Auch hier hat er uns sehr gut unterstützt. Also wir haben von dem Schiffsrumpf 3D-Konstruktionsdaten erhalten. Denn ohne die wäre es, ich will nicht unmöglich sagen, aber es wäre nur sehr schwer möglich gewesen, das so exakt umzusetzen. Ja, klasse. Okay. Im Prinzip kann man sagen, vielen Dank für die Unterstützung an den Verein auf der einen Seite. Wirklich schönes Modell. Wie weit sind wir denn in der Umsetzung hier? Noch ganz kurz, wo du gerade bei dem Dank bist. Also an der Stelle nochmal herzlichen Dank an den Herrn Zimmermann vom Verein Freundeskreis MS Österreich, der uns hier sehr schnell und unkompliziert geholfen hat. Also nochmal ein Gruß ins Benachbarte Österreich, an den Herrn Zimmermann. Super. Wir waren bei der Frage, wie weit sind wir in der Umsetzung von dem schönen Modell? Die Umsetzung, ja. Also es sieht so aus, dass ich mit meiner Konstruktion fertig bin. Ich habe alle Zeichnungen an unseren hausinternen Werkzeugbau weitergegeben, die jetzt damit beginnen, die Spritzgrüsse-Werkzeuge für dieses Modell zu erstellen. Das heißt, wann können wir mit dem Modell rechnen? Also geplant ist es für Juni 2024. Und im Prinzip wird das Modell, mitsamt der Anlage, auf der es hier eingebaut ist, sind übrigens noch einige andere N-Neuheiten hier verbaut. Das alles gibt es auch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen in Nürnberg 2024. Ja, geben wir mal noch einen kleinen Ticken kleiner in die Spur Z. Auch hier haben wir dieses Jahr was Neues im Sortiment. Das Thema Langwies. Ganz genau. Wo und was ist Langwies? Wo und was? Also Langwies ist ein kleiner Ort. Und zwar, wir sind wieder in der Schweiz, kommen ein bisschen raus aus dem Engadin, aber wir bleiben im Kanton Graubünden. Da liegt dieser kleine Ort Langwies. Warum Langwies? Was ist daran so besonders? Also Langwies liegt ja an der Bahnstrecke von Chur nach Arosa. Da verkehrt auch die Rädische Bahn. Der Ort an sich ist sehr klein, wie gesagt. Er hat kaum 300 Einwohner, aber er hat einen eigenen Bahnhof. Sehr schön. Diesen Bahnhof haben wir jetzt erstmalig in Spur Z. Richtig, genau. Richtig schön. Auf dem Bild sieht man auch einen Schriftzug auf der Vorderseite. Wird der auch in Spur Z umgesetzt? Der wird auch dort umgesetzt. Ich sage ja auch, weil wir hatten ja den Langwies bereits in H0 und auch für die Spur N. Für die Spur Z liegt im Bausatz ein kleines Selbstklebedeko bei, der diesen Spruch hat. Den kann ich dann auf die Fassade aufkleben. Ja, sehr gut. Dann haben wir dazu passend noch das andere Modell. Man sieht es hier vielleicht ganz gut. Genau, das Alpenländische Haus. Ohne passendes Gebäude wäre auch dieser Bahnhof sehr einsam. Da haben wir eben gleich mitgedacht und gleich beide Gebäude aus Langwies umgesetzt. Das ist so ein bisschen der gleiche Hintergedanke wie bei den Engardinerhäusern, dass man das Thema ein bisschen rund macht. Genau, ganz genau. Und ja, man kann ja eine wirklich wunderschöne Anlage damit bauen in diesem Umfeld und dann das Ganze einfach ein bisschen besser untermalen. Beide Modelle sind aus LaserCut. Richtig. Warum das? Ja, also man sieht ja, das sind Holzfassaden, also auch im Original. Und da bietet es sich natürlich an, die im LaserCut-Verfahren umzusetzen und hier mit Echtholz zu arbeiten. Ja, super. Manfred, an dieser Stelle vielen Dank. Bitte gern geschehen. Und hat Spaß gemacht. Wir kommen jetzt nach einem kurzen Einspieler zu unserem Thema Felsfolie. Wir kommen jetzt nach einem kurzen Einspieler zu machen. Wir kommen jetzt nach einem kurzen Einspieler zu machen. Wie eben versprochen, kommen wir jetzt zum Thema Felsfolie. Und die Felsfolie zeigen wird uns Andreas Braun. Hallo Andreas. Ja, hi Max. So, wir sind jetzt wieder bei dir hier am Basteltisch. Ja. Was ist die Felsfolie? Die Felsfolie ist ein einfaches Mittel, um wunderschöne Felsen zu gestalten. Okay, hier sieht man schon mal, wie das fertige Produkt im Endeffekt nachher aussieht. Wirklich cool. Zeig doch mal, du hast hier auch die Felsfolie verpackt. Ich habe die Felsfolie hier dabei. Ich halte sie hier einmal in die Kamera. So schaut die in der Verpackung aus. Also da unten ist so ein kleines Sichtfenster. Wir nehmen zwei verschiedene Farben zur Auswahl, dass man da unten sehen kann, welche es sich handelt. Einmal in Grau und einmal Ocker. Ja. Hier sieht man es ganz gut auch nebeneinander. Einmal Grau und einmal Ocker. Ich packe jetzt die Graue einmal aus, um dir die Verwendung von dem Produkt zu zeigen. Sehr gut. Mich interessiert auch einfach, was aus dieser Packung rauskommt. Ja. Ah, okay. Hier die Rolle. So sieht das Ganze aus. Also im Prinzip ist die Folie schon mit einer Felsstruktur bedruckt. Genau, mit einer kaschierten Alufolie. Dadurch haben wir den Vorteil, wir kriegen eine gewisse Struktur in den Felsen. Also ich baue meinen Unterbau, zum Beispiel mit Spanden und muss dann gar nicht unbedingt ein Fliegendraht oder sowas drüberziehen, sondern ich kann einfach damit mit der Folie durch ihre eigene Steifheit über das Gelände drüber gehen. Ah, sehr schön. Ja, und du sagst, es ist einfach und auch schnell zu machen. Zeige ich mal, wie funktioniert das dann im Endeffekt? Also man mag es mir verzeihen, das könnte jetzt vielleicht im Ton kurz komische Geräusche geben. Ich spreche danach wieder weiter, nicht erschrecken. Oh. So, ich habe jetzt die Folie einmal geknüllt und jetzt sieht man hier schon, dass die eine gewisse Tiefenstruktur bekommt und kann die jetzt so einfach, wie ich sie brauche, passend formen. Ja, sehr schön. Und man sieht aber auch hier ganz deutlichen Unterschied zu diesen beiden Schaustöcken, die du noch mitgebracht hast. Genau. Also hier, ich habe es jetzt ja nur einmal grob geknittert. Je oft ich die zusammenknülle, desto feiner wird die Struktur. Also ich habe jetzt hier noch das Extrembeispiel, das uns durch zwei Messen in Friedrichshafen und in Leipzig begleitet hat. Die wurde von den Besuchern fleißig durchgeknittert und dadurch wird es natürlich eine immer feinere Struktur. Ja, man sieht das schon ganz deutlich. Und ich habe natürlich dadurch die schöne Eigenschaft, ich habe hier auch im Prinzip gar nichts drin, sondern ich habe hier eine Strebe in meinen Unterbau. Und da liegt die Folie einfach drauf. Wie hast du das dann im Endeffekt hier oben und unten befestigt? Ich habe mehrere Möglichkeiten. Also an der Stelle zum Beispiel kann man Heißkleber nehmen, einfach auftragen, festdrücken, halt gucken, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Ich kann theoretisch auch einen normalen Alleskleber nehmen und dann zum Beispiel mit Stecknadeln die Fläche fixieren und dann halt einfach in Ruhe trocknen lassen, dass es gut durchtrocknet. Okay. Hast du denn für unsere Zuschauer noch den ein oder anderen Tipp, wie man die Übergänge dann kaschiert? Weil im Endeffekt, ja, da wo die Folie anfängt und die Wiese aufhört, da sieht man ja schon ganz deutlich... Genau. Da entsteht automatisch ein Übergang einfach durch das Produkt selber. Da habe ich zum einen dadurch, dass ich eine Alufolie habe, die Möglichkeit mit meinem elektrostatischen Begrasungsgerät, also im Grasfix, dran zu gehen. Bestrome dadurch auch die komplette Oberfläche von der Folie und kann dann auch einzelne Graspunkte setzen, da wo es mir besonders gut gefällt. Ja. Und gehe dann am Rand mit Gras drüber und kann dann auch zum Beispiel, wie hier unten, kleine Steinchen noch mit einbringen, um da, was weiß ich, Felsabbrüche oder sowas in die Richtung noch mit darzustellen. Und auch dieses Belaubungsvlies, das kommt als ganze Matte, zupfe ich mir auseinander und kann das dann an den einzelnen Stellen noch mit anbringen und so quasi den Übergang noch besser kaschieren. Das sieht dann ein bisschen so aus wie so ein Bodendecker oder so. Genau, sowas in die Richtung. Auch richtig schick. Hier sieht man ja auch die von dir angesprochenen Ergebnisse einer Begrasungsaktion. Genau. Das heißt, normalerweise hat man ja als Untergrund einen Leim oder unseren Kolofix. Das ist ja schon ein Kleber. Das ist kein Problem, das hier zu verwenden auf diesem Material? Nein, das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir eben dieses Aluminium haben, habe ich den Vorteil, da weicht nichts durch. Und ich kann da mit jeglichen Materialien im Prinzip drüber gehen, also mit allen Klebstoffen. Das bleibt daran gut haften, weil ich ja nicht nur Aluminium habe, sondern auch die Bedruckung. Und da weicht nichts auf und ich kann dann einfach mit einem elektrostatischen Gerät drüber. Wenn du sagst, da weicht nichts auf, das heißt, ich könnte auch mit Farbe nochmal... Man kann nochmal, genau, oder auch ein bisschen Schotter mit einstreuen oder mit Sprühkleber drüber, das geht alles. Ja, und richtig schön hier mit Gämsen ausdekoriert. Die gehören auch zu unserem Sortiment, richtig? Ja, die haben wir als Figuren-Set passend. Also nicht im Set mit enthalten bei der Folie, aber gibt es als einzelnes Figuren-Set noch dazu zu kaufen. Ja, ziemlich cool. Also damit könnte selbst ich was anfangen. Das heißt schon einiges. Nicht schlecht, vielen Dank fürs Zeigen, Andreas. Ich hätte an der Stelle noch eine Frage an unsere Zuschauer. Ja, klar. Wir haben jetzt hier einmal die Felsfolien Grau und den Ocker. Und da würde mich jetzt interessieren, welche Farbe gefällt euch denn noch? Was fehlt euch noch im Sortiment? Soll es noch ein Sandstein sein? Soll es noch schiefer sein? Schreibt es gerne einfach unten in die Kommentare. Wir sind gespannt über eure Vorschläge. Ja, sehr schön. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Faller Insights-Folge. Vielen Dank, Andreas. Danke, Max. Wir sehen uns am kommenden Adventssonntag wieder zur dritten Ausgabe von Farer Insights. Wir sehen uns am nächsten Mal. Wir sehen uns am nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020